Was brauch ich denn jetzt noch? Da hab ich die Tränen, aber wo gibt's denn die Uhr drauf? Ich brauch ne Uhr wahrscheinlich Ach, darum brauchst du die Uhr Ja, aber ich hab's denn nicht gemacht, ich hab mir was anderem gemacht Oh, ich komm in die Hölle Okay, ich brauch Soul Sand und ich bin grad schon fleißig am Wurdeln Ich muss leider in 10 Minuten die Aufnahme erstmal stoppen Warum? Weil jemand ganz dringend mit mir reden möchte Wer denn? Das ist ein Kumpel, der mich grad braucht Okay, das kann ich verstehen Lieb von dir Ja, ich weiß Du bist voll sozial Ich bin dann auf jeden Fall wieder da, wenn's vorbei ist Das haben wir jetzt, ähm Ich hab einen Pilz gefunden in der Hölle Da hinten ist auch das Buch drauf Armin, wo bist du langgegangen, als du aus dem Portal gekommen bist? Äh, ich glaub erstmal den Gang von Armin Wo ist unser Eisen? Wo ist unser Eisen? Wo ist unser Eisen? Ich hab's nicht gemacht Wo ist unser Eisen? Irgendjemand hat's Eisen gemopst Okay, ich hast du es auch Ich brauch das schon nicht mehr Zum Verzaubern, deswegen falle ich's nicht Da ist noch vier Eisen Und über 30 Leute Hier sind Zombie-Viecher Okay, du hast schon was gebrannt Okay, ich nehm alles zurück Ja, ich hab da schon was fertig gemacht dafür wieder Also genug Muss eigentlich reichen, um das hier zu stellen Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir in der Zeit, wo wir aufnehmen, viel zu viel ernst sind Nein, wir konzentrieren uns einfach nur, weil hier zu viel ist, dass wir noch nicht kennen, was wir erst kennenlernen müssen Lass uns doch behindert sein Ich brauch noch einen Eisenblock, stimmt Das macht mir immer viel mehr Spaß Äh... Ah... Fuuu Ich weiß nicht, weil du behindert bist Hahaha Oh mein Gott, oh mein Gott Ich kann nicht glauben, dass du das gerade gesagt hast Okay Ich kann nicht glauben, da Okay Die Tommen dann macht einen auf... 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 Vom anderen Ufer Nee, ich bin gar nicht auf anderen Ufer Ich bin bei dir auf Ufer Oh Ähm Oha, Ella, danke Hallo? Oha, Ella, was war denn bedeuten, dass du männlich bist oder so? Oha, Ella, das... das bringt mich jetzt durcheinander Ja Was, Ella Fähr mich auf Fähr mich auf Fähr mich auf Ich kenn dich jetzt schon so lange Und sowas ansetzen will ich Wusste ich jetzt aufklären Ich will jetzt bitte Ja Bitte mach Braue ich auch nicht Hä? Wo ist denn diese Sanduhr drauf? Und... Warum hab ich den Kitz in der Hand Ich brauch Kopfen, da mit Tom Warum hab ich den Kitz in der Hand Ne, ich brauch Federn, gib nochmal Federn zu dir noch Ähm... Meinst du fehler ich die Scheiße, die auf den... Ne, Armin nicht Scheiße Doch Ne, Armin nicht Scheiße Dein Armin nicht Scheiße Dein Armin nicht Scheiße Ufer auf den Schleimballen drauf ist Armin nicht Scheiße Ufer Scheiße Wie Armin? Ihr seid alle scheißen! Warte! Ich hasse euch jetzt! Ich hasse euch! Guckt euch an! Ihr seht aus! Oh mein Gott! Mein Arschens! In der Zeit, wo du lagst hast, frage ich dich! Ich brauche ne neue Sichel, den Musen! Alter, du kannst dir fast dauerhaft drinstehen, du kannst andauernd wieder Eier in die Hand, du kannst sie wieder werfen, ey! Crazy! Tom? Ja? Ist doch hier Wissell, ne? Ja! Äh, die war grad irgendwie in RTL auch im Fernsehen drin, so! Echt? Ja, man! Ich guck ja keine Ahnung! Okay, also ich habe gerade eben festgestellt, dass wenn man einen elektrischen Ofen anschließt, dass das Teil dann explodiert! Ja, ich weiß halt nicht, wie das mit dem Output und so ist, da in dem Teil! Warum? Armin, ich bin ja schon voll weit, aber dann fehlt jetzt noch die Sanduhr! Die Sanduhr ist einfach! Wo gibt's die denn drauf? Würde ich sagen? Ja! Ja! Okay! Moment! Willst du nachwenden? Ich glaube, ich habe nicht... Ähm... Rational Repeater habe ich benutzt! Rational Repeater? Ja! Oh, das kann ich schon spielen! Brauch' mal Dreamstorms für, um die herzustellen, ne? Da habe ich mal ganz kurz da rumfummeln! Ja! Nimm mal nimm mal und du brauchst! Ich weiß nicht, was sonst passiert dann! Du kannst es auch brauchen, wenn du bei einem Stück egal! Ich weiß, wann es liegt! Das ist voll einfach eigentlich! Warum? Ja, weil das Ding bloß 32 Dings pro Teil läuft und der MFE aber 128 abgibt! Ich habe hier schon zweimal angefangen, Infernal Fernance, wenn niemand das braucht! Ja! Okay, ich bin... Leute, ich bin so schnell wie möglich wieder da, ne? Ja! Ah! Dann müssen wir da eine Bedbox vorschalten, oder was? Ja, was du machst? Keine Ahnung! Ah! Ja, stimmt! Ich brauche Eisen! Im Megaprojekt haben die auch eine Bedbox immer davor! Fünf Stück! Ja, okay, wir brauchen... Ist egal! Tu was! Ella, mach eine Bedbox, die du dir vorsetzt! Jetzt ne Ah, ja! Warum haben die auch im Megaprojekt, ne? Was ich persönlich gucke da, ne? Äh, haben die da auch... Obwohl du für Werbung jetzt machst so! Ja, wow, die haben eh genug Zuschauer! Ja! Ich glaube, viele Leute gucken das, ne? So! Was soll ich denn jetzt machen? Wer will ich da schon wieder mit Eiern rum? Hallo! Ich brauche... Achso, stimmt! Ist ja einer... Ich Idiot! Ähm... Ähm... Hä? Das Ding heißt doch Bedbox, schreibt man das zusammen, ne? Bed! B-A-T! Bed! Daran kann es liegen! Und nicht bad, wie schlecht! Da habe ich auch immer falsch geschrieben! Oh, die besteht aus Batterien! Ja, drei Batterien! So... Wie viel hast denn du gebraucht? Wie viel Repeater? Äh... Äh... Zehn ungefähr! Was? So viele? Mhm! Hä, wie macht man denn nochmal? Ich dachte... Links, rechts, rechts... Du willst noch Fackel? Und unten... Ja, Redstone in der Mitte noch! Achso, noch Redstone in der Mitte! Achso! Ah, ja! Ach, scheiße! Ich habe Batterie zu wenig! Und wir haben keinen Sinn mehr! Gucken wir noch Holz? Ja, wir müssen wieder Ressourcen sammeln gehen, Leutschens! Ja, einer kann ja die Mining-Türtel irgendwo anschließen wieder! Kann die Mining-Türtel noch Holz packen? Ja, wenn du die Mining-Türtel machst mit einer Axt! Ohne Spaß! Ja! Ich glaube, dass das geht! Ich weiß es auch nicht genau! Wir haben doch noch Holz! In der einzelnen Truhe da oben! Ja? Wo? Ach da! Was ist das für ein Ding? Oh, Lever! Vorig! Ihr habt euch auch schon welche von gemacht! Weil... Man die immer braucht! Später auch! Sehr viel! Ich spreche nur noch Verzauberungstags! So, Repeater! Oh! Ist der einfach dabei! So! Magie! Warte! Magie! Nimm nicht von den Charts! Sondern? Es ist Verschwendung! Blätter oder was? Ne, die Blätter haben doch nicht das... Silver Output! Ah! Niedel! Hast du... Hast du drin? Ja! Da haben wir ja gesagt, das sollen wir... Das müssen wir abbauen! Oh, danke! Das ist sehr gut! Okay, cool! Jetzt habe ich mir mal Scharts verbraucht! Da fähre ich eventuell... Äh... Kann ich mal in dein Buch gucken? Äh... Ja, Moment! So, Repeater war das rein, ne? Zack! Zack! What the fuck! Guck dir das mal an! Ja, mir fehlt noch eins! Der kommt für Flux fehlt mir! Moment! Und gleich Grad! Grad! Dann habe ich... Äh... Dass ich Zauberstäbe dann auch machen kann! Muss ich mir das durchlesen? Nein! Das muss ich bauen! Das ist viel! Und was ist das? Ein... Äh... Infernaissance! Ja und? Machst du jetzt den magischen Ofen... Äh... Wofür du Dings drauf? Weißt du was besteht das? Was war das gerade? Ja... Den könnte ich jetzt bauen! Der ist richtig geil! Den... Den bau! Den bau! Auf jeden Fall, Mann! Ja... Farmen! Ich darf mir! Einer muss den Ofen holen! Ich darf mir! Viel, ja! Und... Äh... Nether Bricks! Also brauchen wir eine Festung finden! Kann man Nether Bricks nicht auch selber machen? Nee! Mal gucken... Äh... Nether... Oh! Aber ich brauche dafür auch... Ähm... 100... 100 Dings Bombs! Von... Zauberstab Power da! Ja, du brauchst mir den größeren Zauberstab erstmal! Nether Bricks! 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 Die kannst du machen, wenn du die in... In... Structions Smelter packst! Ähm... Mach mal! Oder im Kompressor... Drei Nether Steine in den Kompressor rein! Was? Der Kompressor? Haben wir so ein Ding? Weiß ich nicht! Ne, haben wir nicht! Wir... Geht meinen! Bitte! Geht doch selber! Du hast die Mining... Äh... Letztere Einer hat einfach die Mining Turtle mal hin! Ja, dann mach doch! Ich hab keine Ahnung, was geht's! Ich glaub, man kann die auch in die Hölle setzen! Mining Turtle! Ne... Ich glaub nicht! Oh... Wir hatten das ganze Holz gemopst! Äh... Wo ist denn die Kohle da? Haben wir noch... Kohle... Packen... Gut, ich geh die jetzt mal selbst in die Mining Turtle! Geht ja so nicht weiter, ne? Du und geh da bitte wieder rein! Äh... Shit! Was denn? Ich brauch vorher noch ne Spitzhacke, dass ich den Bereich für die Mining Turtle fertig machen kann! Das wollte ich die ganze Zeit machen, so! Soll ich dir eine geben zum? Ne, ich mach mir grad eine aus Saphir! Ich hab auch eine aus Saphir und haben wir ja mehr als genug von... Ja, ich nehm immer das, was wir grad im Moment am meisten da haben! Ja, ich auch! Zack, zack... Und... Ein Klauschbiss! Übrigens, den Kursbau-Stellern mit so einer Axt ab! Kabel baut sich mit einer Axt ab? Nein, nicht Kabel-Kurbel! Ja, ich weiß! Okay... Dann kannst du fast instant, äh... Weckloppen, die Teile! Ein Slime! Wo? Ichbrauch dich! So, mich lädt irgendwann ein, vermies! Zack, 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 zack. Woah, es war ein riesen Slide, da gibt ganz viele kleine Slime-Balls! Guck mal, mir so schnell geht das mit dem Fluss. So, müsse mal her noch, noch bis zu ... Ne, höll, bist nicht hier. Ne, ich bin ne... Ne, ich bin eh... In der Mine Oh, Drabble ist so kacke Drabble pleats Ich hab da keinen Bock den ganzen abzubauen Achso, ich auch nicht Hast du nur gesagt, für den Schraubbel? Ja, hab es Okay Setz ich die einfach mal an Wo ist die Schildkröte? Da ist die Kröte Okay Ich bin jetzt Höhe 100 Oh fuck, ich brauch viel mehr Kohle eigentlich Ich hab nicht Kohle im Winter Ich hab noch 5 Tom Ja, am besten ist ein ganzes Stack Kohle Und ein ganzes Stack Fackeln Ja, Fackeln habe ich auch Habe ich fast ein Stack Ich hab 58 Kohle auf der Hand gerade noch Kannst du eventuell einmal kurz runterkommen zu Mine Turtle? Ja, Tom ist okay Tim, gehst du? Du kannst ja auch unten in das Portal schmeißen Also die Porte Einfach unten in das Portal reinwerfen Äh Wie breit ist das? 600 Mal im Oktober Ich brauch dir heute 10 Ja, ähm, Länge 200 Mal Übertreib jetzt voll Abstand Äh, ja, warte Ich muss jetzt erstmal die Kohle holen Hast du die durchgeworfen? Jetzt haben sie schon auf Abstand gehen Sehr schön, kann ich machen oder? Gib mir Nein, erstmal noch die Kohle rein Ella Guck mal Mir die Kohle Ja, ich dachte, Tim hat Kohle Wir brauchen mehr, ein Stack Ja, dann schau halt in die Box rein In die, in die wichtiges Zeugs-Dings-Gedöns Die ist die ganze Zeit bei mir offen im Lull Jetzt haben wir noch 20 Kohle noch Ja, warte Ich... Wollte aber Eventuell noch ein paar Kisten machen daran Weil, wenn wir den jetzt so weit schicken Ich weiß halt nicht wie viele Kisten der da verbraucht auf dem Weg hin Voll Min Armin Mhm Sack Hallo Sack, was geht Sack Haben wir noch Eisen? Nein Ich hab ein bisschen Eisenherz in der Hand Leider nein Aber ich hab Eisen nicht Und die... wie viel brauchst du denn Schatz? Weiß ich nicht Ihr sagt mir, ich möchte bloß so viel brennen, bis wir bloß so viel wie wir brauchen Damit wir dann mit dem... Ja, dann... schau halt Mach ein, bitte, please Ähm... Kohle voll machen Noch mehr 1, 2, 5 Und... Gau 50.000 € genau Kannst du damit noch warten? Ja, das auch Ja, dann warte damit lieber bitte noch, weil wir haben keine Ressourcengrade Äh, was brauchst du denn für den, äh... Was brauchst du denn für den Ressourcen? Sag dir einfach, dann such ich grad per Hand ein bisschen und was Mh... Ich brauch dir Eisen halt einfach nur Nicht du, Ella Ja, wir haben... wir haben noch ein bisschen, äh... Erze, aber ich würd halt gerne erst den Messer Raider bauen, damit wir dann... Ja, was brauchst du für den? Hab ich noch nicht geguckt, ich war grad noch mit was anderem beschäftigt Mace Raider brauchst du auf jeden Fall 8 Refined Iron Hab ich gerade Gut Dann... brauchst du Copper Cable 6 Hab... genau, hab ich im Moment auch Ja, gut, kann ich eigentlich gerade bauen, ich brauch bloß einen Moment helfen Äh, vorher baue aber die Bedbox davor Hab ich schon Gut Okay Hab ich gleich Wir hatten im Endeffekt, wenn du überlegst, voll für die Ressourcen, wir konnten das dreimal einfach ganz schnell nachbauen, das Teil nochmal Ja 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 Boah, da fehlt der Hunger grad Dann ist was Ja 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 Reisen... Reisen... Reisenohr Heftige Burg bauen Schießt... Schießt hier auf... einfach auf den Mond Nein Was baue ich denn da, das wollte ich gar nicht Was ist das? Eggs of the Stream Okay, cool Ich glaube ich habe schon, wir fassen es der Kohle Nice Also ich finde die grad voll viel, ähm... Reisenohr 4 Äh... Soll ich... Was ist das so? Äh... Soll ich Marmor abbauen, dann kommen wir unsere hausegentliche... Ich bin dann sowas Marmor machen Mir ist das im Endeffekt egal, wie wir das bauen Also... Irgendwer erklärt sich eh wieder bereit, als Hausbauer Ja Ich mach das nicht, ich kann, ich bin nicht so... Meins Okay, äh... Mäla macht Marmor haben Ich weiß nicht, wie Marmor ausguckt, warte muss ich mir angucken Das weiße Zeug, was du letztens auch hatten Ach ja Ja, klar, bau mal ab Okay, bin ich gerade dabei, Ella Sehr schön Aber wie viel Sex, äh... soll ich erstmal 4x6 machen? Viel Okay, ich mach erstmal 4 Armin, darf ich da einmal kurz ran Okay, wünscht mir Glück An die, äh... an den Zauberlös Wie kann ich... warte mal, wie kann ich das jetzt basteln? Kann ich die... hat die... hat die Badbox auch irgendwo einen Anschluss oder kann ich die irgendwie hinstellen? Die hat auch einen Anschluss, so wie du guckst, du musst halt immer gucken, wie es hin soll Muss ich zwischen MSE und Badbox Kabel legen oder kann ich direkt daneben stellen? Wir hatten das gerade eben Ich würd da ein Kabel zwischenlegen, vorsichtshalber Ah, Inventar, okay Okay Kannst die Badbox auch hier hinstellen und daneben das Kabel machen Hä, wohin? Hier die Badbox hin und dann daneben das Kabel, rechts daneben nochmal ein Kabel Hier meinst du, aber das verbindet sich doch da mit dem oberen Teil Nein Dann sollte sich das verbinden Das ist auch eine andere Blockhöhe Wenn du das dahin stellst, das Teil Verbindet sich doch da mit dem oberen Teil Ach ja, ich dachte, ich dachte hier drunter Nein Tom, wofür ist ein Lied da? Lied dran? Weiß ich nicht Ich frage ich jetzt rechte oder linksfüße Ich hab's gerade gefunden Ich hab's gerade gefunden Was hat der hier diesen Anschluss? Ich weiß halt nicht, ob das der Out- Äh, sehen wir jetzt gleich Es ist nicht explodiert Aber es wird auch nicht gepowert Ja Muss ich wieder abbauen Hast du das Abbau-Dinges gesetzt? Äh, Electric Branch Lossless Modus is enabled Das heißt, man kann Die so abbauen So Wir müssen die Hühnchen auf jeden Fall woanders hinstellen Warum? Ich weiß, warum es jetzt explodiert ist Warum? Ich hör's gar nicht rummachen Weil wir den, äh, Anschluss gedreht haben Wenn du einmal drauf drückst, drehst du den Anschluss Wir hätten vorher das Kabel abmachen müssen Shit Ella, hast du schon wieder was kaputt gemacht? Nein, ich Was? Ich lad die jetzt erstmal wieder auf, die Electric Branch Ich Ich Mach das nicht Ich bin so fett hier rein So So, musst du alles kaputt machen Darf ich wieder drei Batterien bauen? Ja und? Viel Spaß Wie viel brauchst du? Wie viel Eisen für eine Batterie? Ey, knapp, Zinn 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 brauche ich für Batterie Keine Eisen Zinn geht auch Wie viel brauchst du denn? Was? Eisen? Was heißt, geht auch? Ich brauche das Zeug dafür Warte mal, aber wie viel habe ich denn noch? Zinnohr habe ich noch 22 auf der Hand Ja, mach das doch Zinn geht auch Tinn ist wie äh Zinn Zinn und Tinn ist das gleiche in etwa Ich weiß Ja, warum machst du denn keine Batterien? Ja, ich bin ja gerade dabei Es ist bloß, dass wir voll die Sachen hier verschwenden Ja, aber das ist halt alles ein bisschen auspuffiererei so Zwei Warum hast du mir Reston gegeben? Weiß ich nicht, brauchst du auch dafür Ich bekomme dein Buch Ach, habe ich dein Buch noch? Ja, du hast mein Buch noch Wo ist dein Buch eigentlich? Ich habe es vergraben Warum hast du es vergraben? Du grabst doch wieder aus Du grabst doch wieder aus Nein, es ist so weit weg Ähm What the fuck? Was hast du gerade getan? Oh mein Gott, du hast alle Hütchen getötet Alter, Instant Kill, Digga Komm womit Das hast du getan Da war ein Creeper drunter und ich bin weggelaufen vor ihnen Weil das ist trotzdem noch explodiert Alter, ich geh mich gleich mal vergraben, Mann Aber haben wir noch Eier? So Warum haben wir noch Eier? Ja Ich habe schon Okay Ich habe noch zwei mindestens Dum 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 Ich habe auch noch 20 Wadum Tsching Hier ist mein Buch Warum ist denn da ein Creeper drin gewesen? Mann Gerade habe ich doch gesagt, wir sollen die Hütchen wandern Ich weiß, warum die so gegackert haben Da war ein Creeper drin, oder was? Klar Geht irgendwo da ein Buch rum Ah Steht auf Ah warte, lass mich raus Leute, hast du gerade rausgebuckt in dem Sinne Weil ich habe gerade das Teil abgebaut gehabt So, wo ist das Portal, wo ich rauskomme? Ah egal, ich glaube, wo Äh, ich habe erstmal 4... 4,5 bis 6 Ja Marmor Brauchen Leitern Hm, ja, schön für Marmor Ich muss erstmal unseren Strom wiederherstellen Pfff... Danke Tim Na ja Haben wir noch irgendwo Zäune oder so? Dann bauen wir noch Zäune, um das halt Weil der Creeper da reinlatscht Ich schätze mal, ist halt gespawnt, da drin ist doch kein Licht gewesen Ach Verdammt Tschüss, Ali Von oben halt So, ich kann jetzt auch anfangen, Zauberstäbe zu machen Ich brauche den 100er Zauberstab Mach den doch Ich weiß nicht wie Hast du noch Goldnuggets? Da Goldnuggets Schick mal Nuggets Goldnuggets Da wird Auch ein Holz Haben wir Holz? Ja, hier so ein bisschen Sticks oder was? Ja, warte Wir haben rubber tree Daraus kann man Sticks machen Wo ist denn mein Hühnchen? Deine? Ich habe die denn teleportiert Ich habe immer neue gemacht Ist das der bessere? Nee, das ist noch der gleiche, wie ich gerade sehe Wie sie sehen, sehen sie nichts Wovon den erforschen? Ich weiß es nicht, ich finde ihn nicht Fuck Wand of the Adept ist es wahrscheinlich, oder? Ja, der hat 250 Fizz Ja, Wand of Adept Okay, wie kriegt man denn? Wand of Adept Air Shard, Feuersh- No, da steht Shards kann man alle nehmen und einen Stock Aber da steht Workbench Ah, dann... Infusion Altar, muss man den machen Was ist denn dein Infusion Altar? Was ist denn dein Infusion Altar? Was ist das Ding hier? Mach mal einen Stick Mach mal so einen... Fuck Ja, hier, aber da kommt der gleiche mal raus, oder nicht? Nee, du brauchst... Warte mal Warte mal Warte mal Hast du noch mehr Shards? Ich muss gucken, ob ich da hinten welche verbundet hab Warum verbundet ihr Items? Nein, weil ich, ähm, vorhin... ...dich hinten in ein Dreckloch das hingemacht hab Und bevor ich ins Netz geh Kannst ja auch irgendeine Kiste packen Ja, aber ich brauchte die ja, und ich hatte keine Lust in mir nachher wieder alles rauszusuchen Weil er dann doch eh wieder aufräumt Hättest du es mir auch einfach in die Hand geben können, Schätzchen? Dann hättest du dein Inventar vollgehaben Dann hätte ich's in die Kiste gepackt und gewusst, dass ich's nicht aufräumen brauch Oder mir einfach sagen, nicht aufräumen Ja, wie machen wir das denn jetzt? Ja, wir brauchen... ...verschiedene... ...äh... ...Sharddinger Äh, zaubern wir mal einmal durch... ...und noch Zauberstab, glaube ich ...dreimal Ach, stimmt, das mit dem Zauberstab, ne? Wie viele verschiedene Shards haben wir noch? Ich hab nur einen Elf-Wiss-Shard Ich hab, äh... Ich hab einen Earth-Shard und einen Feuer-Shard Also grün und rot Ja, dann brauchen wir noch einen verschiedene Art-Shard Also den brauchen wir, sag mal, den Zauberstab Wir brauchen allgemein noch einen Zauberstab, dass hier einer reinkommt So... Machen wir einen Zauberstab Ja, einer... ...einer muss... ja, genau So, aber jetzt muss halt... ...weil das Gold machen ist Geht das, geht das auch so? Ne Nein Anscheinend... ...muss es aber ein Air-Shard, ein... ...F-Shard, ein... ...F-Shard, ein Earth-Shard sein Ella, was ist los? Ich hab's schon wieder kaputt gemacht Hast du auch direkt ran gebaut, oder was? Mh-mh, mit Kabel dazwischen Ich hätte gerade nicht so geladen Also hab ich's anders gemacht, das hat auch nicht funktioniert Ähm, kann das vielleicht sein, dass der... ...das das Bed-Box-Ding das auch nicht verträgt? Doch, ne Bed-Box verträgt das Habe ich nicht so's Gefühl Habe ich nicht so's Gefühl Mh-mh, ähm, ähm... Ding ist, ein Megaprojekt ist es aber so zum Monat Ja Ja Ich schau mal nach Endlich Mh-mh, ein Megaprojekt Darauf alle warten und macht's jetzt erst Ella, gucken Sie das Megaprojekt an Ah, schon Input 32 Uosi-Ui, ähm... Was ist Les T? Und was ist Lesh P? Ist da ein Unterschied? Keine Ahnung Auf jeden Fall ist es zuviel von dem Dings so wir brauchen auf jeden fall ein hühnchen warum machst du den block dahin warum nicht ja aber warum behauptet bloß ich verstehe es nicht was er dann tut einfach so warum nach dem motto ich war es nicht es muss jetzt dann funktionieren war hier nicht mal so eine ärztekiste die habe ich in der hand also ich habe nicht die ärztekiste ich habe das erz in der hand was brauchst du schätztieren nichts was kann ich denn daraus machen da ne aber kane levitator den habe ich auch noch nicht ah jetzt weiß ich auch was es ist kane levitator wo ist denn das kane levitator sonst brauche ich auch wind ja die klima haben wir jetzt mittlerweile getötet komm lass uns wind herstellen die sind voll geil die teile dafür ne so jetzt brauche ich noch speed das ist ein steller mann windmühle das kannst du mit booten voll gut machen auch wenn du dann auch noch wasser brauchst ja brauchen wir aber holz für das ist geil ne so hacken will windmühle jetzt haben wir windmühle können wir eigentlich relativ schnell herstellen wir brauchen nur einen generator und vier iron dinge sind eisenplöcke ja frau das erstmal mit den paar ressourcen die wir haben wer schießt da schon rum wer hat denn da eine duktische furnace das rezept da in einer kiste das ist von mir ich hab das versuch was anderes zu machen und kam mir die kacke raus kannst du weitermachen wenn du möchtest cool was brauche ich da jetzt noch mal ach ja für den einen brauchst du eigentlich nur noch soul sand für den für den oberen ja guck mal auf holz ist das speedteil auch drauf und auf rubberwood ja aber auch nur eins ich guck zum zum zu nimm nicht das ach du halt warte aber auch unendlich machen ne ne schon gut so jetzt darf ich mir das gleich rausklauen wenn das fertig ist wo ist denn meine maschinenantrag ja neumachen das maschinen dingens von euch noch jemand robber äh ne so bam was das da oben ist creeper hallo creeper boah ich hoffe doch geräusche doch raus alter vor dem anfall äh ist der creeper tot weiß ich nicht ach das ist ein lift was wir jetzt haben daraus kann man einen lift bauen das ist lustig aber den wollte ich eigentlich gar nicht vorstuhl ja was braucht man denn für den dachschen furnace noch wie bitte du musst denn nur das obere so zu hoher ich habe mit schiefen bekommen was hast du dafür gekriegt monster hunter genau wer hat der kabel in diese richtung gebaut ich random nimm nicht das wie baut man das wieder ab du solltest das obere rezept nehmen warum da hättest du nur noch da hättest du nur noch ähm es muss rein tun müssen eigentlich aber jetzt ist es egal weiter hättest du nur noch sourcent reinpacken müssen okay noch ein bisschen kohle auch da muss noch feuer drauf ne das ist komplett mit netterzeug fast fertig machen das Teil ja mit kohle auch ja das ist halt jetzt noch dann wechseln wir das einmal da muss jetzt noch sourcent rein dann kann das auch noch jemand haben ja ich brauche ja nicht wer das noch braucht brauchst du das noch ich brauche das auch noch du kannst das noch nicht haben ja du kannst es noch nicht lesen das brauchen wir gleich ja wo ist denn das drauf diese Puppe ja was war das noch drauf slimeballs sind die drauf ne aber nicht nur auf slimeballs zwar auch noch was anderem drauf und magie äh wo ist denn das Holz haben wir das noch ich habe das mit livern gemacht mit z echt da ist ja auch magie drauf also oder man sieht Puppe Puppe ich probiere das jetzt mal eben auf solomap aus nicht dass ich es jetzt noch fünfmal kaputt mache ähm nein das ist nicht gut Creeper ich war im desktop du Arschloch du hast die Kappelsaunkisten zerstört du hast die Kappelsaunkisten zerstört was war die Truhe und das habe ich in Darkly Friendness in der Hand what the heck ich habe auch nur eines Stück der Truhe wir sollten uns vielleicht endlich mal ein Haus bauen wo ist denn das andere Teil der Truhe wer hat das ich nicht doch nicht das war doch nur das war doch nur